Erfolgreiches Verkaufen funktioniert nur mit ständiger Verbesserung und Optimierung. Um an den richtigen Stellschrauben zu drehen, brauchen Sie einen Blick in Zahlen, Daten und Fakten. Generieren Sie mit unseren interaktiven Reports die Insights, die Sie für ein effizientes Controlling benötigen. Sehen Sie zum Beispiel, zu welchem Zeitpunkt Ihres Prozesses Kunden am häufigsten abspringen, welcher Mitarbeiter in welchem Abschnitt am produktivsten einbezogen werden kann. Erkennen Sie ganz klar Potenziale bestimmter Tage, Tools, Plattformen oder Ansprechpartner Ihres Teams und verbessern Sie all jene einzelnen Steps nachhaltig. Sehen Sie in Grafiken und übersichtlichen Diagrammen sowie Statistiken, welche Sie nach Ihren Wünschen filtern können, alle Prozessschritte im Einzelnen veranschaulicht. Tendenzen und nachhaltige Schritte können so rasch erkannt werden und zur Optimierung Ihrer Vertriebsaktivitäten, der Akquise von Leads und Neukunden und der Verbesserung Ihres Online-Marketings eingesetzt werden. Mitarbeiter, alle Prozesse und Tools können so effizienter und produktiver genutzt werden.